Ich glaube, das reicht. Höchstens auf meinem Dach sind noch welche. Nee, reicht. Alles klar. Ja, ich schlafe mal, Alter. Bitte, bitte, bitte. Komm mal hin. Was hast du denn da? Merkst du das? Das gibt schon alte braune Zeug. Dann nütz. Ein Creeper ist bei dir. Vor deiner Tür. Also, du stößt. Weil, ich gebe jetzt erst mal los. Gleich entwenden wir fix das jetzt. Nee, mach es, Alter. Ich habe versucht, das einzuhalten. Und wie lange habe ich es geschafft? Äh, 15 Minuten oder so? Ja, genau. 15 Minuten. Ja, okay. Bitte entschuldige mich mal. Kein Problem. Kann ja schon mal passieren, dass man von den ersten 15 Minuten auf Klo muss. Ja, ja. Jetzt hat er davon noch so Headset mitgenommen. Und hört einfach was für eine Scheiße aber. Ah, na gut. Wir pflanzen hier jetzt gerade noch Bäume. Danach gehen wir unten in der... Ich würde sagen, wir buddeln uns einfach nach unten oder so. Ah, hier ist noch eine Höhle. Okay, das ist interessant. Hier gehen wir ja gleich eben rein. Und dann buddeln wir uns gleich eben nach unten. Und ich kann euch schon mal sagen, die nächsten Folgen... Ich weiß nicht, ob nur die nächste Folge oder noch eine Folge danach wird nicht allzu spannend werden, weil ich brauche ein bisschen Stein für das Bauhaus. Aber das besorgen wir uns einfach. Oh! Boah, krass, der Baum ist direkt gewachsen. Das sind, äh, Supersamen. Superlärmen. Geil. Der Baum ist auch schon längst gewachsen. Geil. Oh, meh. Nein, das ist klar. Oh! Komm, machen wir den mal kaputt, bevor, äh, Timmy den jetzt gleich vergisst. Ich könnte schwirren, das, ähm, Schwert hätte man nur, ähm... So. Ähm, drei Stecker gebraucht für jedes Monster, aber jetzt braucht es vier. Ja, das ist ein riesen Unterschied. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen... So. Alles klar, der ist ja wieder. Ja, ich bin wieder da, Freunde, ihr könnt gerne aufhören, äh... Zu schreien, zu weinen. Euch zu ritzen. Ja. Boah, ich bin gerade in mein Zimmer reingekommen. Ich sitze übrigens immer noch in meinem Zimmer. Und hier ist schon eine Luft dran, wie ein Puma-Café. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass das hier so furchtbar warm drin ist, aber... Bei mir geht's, bei mir geht's echt. Kann ich wieder nicht einschlafen, Mann. Ja, das kenn ich. Du musst in die kalte Luft herkriegen. Ich glaub, ich schlepp den Kühlschrank hier nach oben und dann lass ich den mal die... Ich glaub, das hier versteu ich mal bei mir. Dann krieg ich vielleicht auch den Blubber wie der SpongeBob. Ja, genau. Jetzt noch SpongeBob schwanken. Ja, klar. So eine Kinderserie. Echt? Geil. Echt? 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 Das, das... Die Treppen sehen auch sehr äh... außergewöhnlich von dir aus sehr sonderbar so setzen wir mal platzern los heiße die und ja gut dann gehe ich jetzt mal nach unten stolme stein jippie ja es nimmt vorm an spaß das heißt ich habe mir jetzt auf jeden fall ich habe vor einem kleinen Höhlenangang gesehen da wir jetzt so weiter runter gehen wie möglich und dann ein bisschen weiter runter buddeln so auf Diamantenhöhe und vielleicht mal so ein zwei gänge buddeln um stein zu kriegen ja genau weil ob ich jetzt stein hier oben farme oder äh unten auf Diamantenhöhe das kommt eigentlich ausgerechter auf hinaus ich nehme da noch was cool mit dann ist da unten halt mehrwert man kriegt Basiswissen richtig macht es dann so lange ungefähr bis alle meine Spitzhacken geputzt sind meine 15 stück die ich im Inventar habe dann äh ja dann mache ich mir neu und gehe wieder runter haha nein du hast nur 15? nein spaß fammelst du dir wie Yu-Gi-Ohr-Karten? ja haha nein ich habe mir nur 3 gemacht die sollten fürs erste räuchten ja im Moment jetzt könnte ich auch mal eben Shader anmachen dann kann man die Steine noch in Full HD 180p genießen 60 FPS tschüss ganz anderes Leute ihr könnt wieder ihr könnt wieder zu diesem Tab wechseln und euch endlich ergötzen an dieser Minecraft Ruh und so ok ja ich wollte eigentlich immer etwas voll kompliziertes sagen aber bisschen gekriegt ja dann lachst du dir einfach so ein Scheiß drauf ich bin schon viel zu wenig an ich sag einfach Ruh und so ja ja also das ist halt meine Art mit Leuten umzugehen die du magst wie zum Beispiel deiner Mutter oder meinem Arsch wobei das gilt nicht als Leute sondern eher als ich sag nicht Gegenstadt das war jetzt der Höhleneingang gut dann gehen wir halt ein bisschen runter ich würde nur noch in zwei Runden alles klar also ich mag dich ja aber wenn du nicht öfters Heil Hitler rufst dann kann das mit uns leider nichts werden ok sorry wir selber ziehen ok wie ist das hier unten eigentlich Erde das sind so Sachen die verstehe ich einfach nicht frag die Erde doch einfach mal wieso bist du hier unten keine Ahnung ja Erde ist auch unwissend das hat die Erde jetzt wahrscheinlich richtig gekränkt aber Freunde nicht erschrecken eigentlich hat die Erde gar nicht gesprochen das war nur Pascal echt das wüsste ich dass sich die Leute erschrecken weißt du ich denke mich so oh sprechen die Erde oh scheiße sprechen die Erde was das für ein Channel hier ich geh hier lieber weg wenn ich von die Erde sprechen kann ich wollte jetzt lieber die auflegen welche höher sind 440 ja da geht noch was da geht noch was da geht noch was na gut da ist die Spitze weg ich glaub das könnte noch ein ziemlich langer Abend hier werden oh ne Höhle bring mal ein bisschen Holz mit na willst du mir sagen bei dir ist glaub kein Holz in der Nähe ist das eine Lüge ne hier ist echt kein Holz hier ist Kohle ne das glaub ich dir jetzt nicht bring mal die Kohle bitte mit ich weiß gar nicht wie viel Kohle wir haben oder wie wenig also ja go mach ich die wahrscheinlich hab ich gleich alles eingesammelt ne aber keine Steine alle Rohstoffe die ich gefunden hab Silber Gold Kohle und keine Steine also 3 ey es gibt gar kein Silber drauf ich mach mir keine Hoffnung und dass es Silber gibt gut dann Eisen da wie gehts deinem wie deinem was deinem Knie deinem Knie deinem Knie deinem Knie deinem Knie geht es ganz gut also ich meine jetzt im Zusammenhang mit dass du da voll auf die Bresse bekommen hast wie meinst du meine Warde meine Warde deine Warde Warde ja der gehts besser aber noch nicht ganz gut dann hab ich voll das ist doch voll random gewesen als ich mal dein Knie gefragt hab weißt du Pascal wie gehts eigentlich deinem Ohr das Knie oder deinem Nackenhaar das ganz gut ja Nackenhaar es wächst und gedeiht wie gehts eigentlich zum Knie hehehe voll Kontextlos oh ne müsst ihr für die vorherigen Folgen ans ja die sind jetzt hier überall verlinkt überall so dass ihr das Video gar nicht mehr sehen könnt ja oh oh Creeper wegzuklicken dann erscheint er nochmal ja wieso Spam Ebenen so welche neuen Tabs geöffnet die ihr nicht mehr schließen könnt und dann kommen einfach so Porno-Geräusche hehehe und sie haben gewonnen ja stimmt als Blink sie sind da ein bei uns sowieso oh ich hab keine Fackeln mehr ich muss noch mal die Porno-Geräusche natürlich wo kam ich denn jetzt lustig Endermann von hier kam ich von da von hier von hier huh nein das wüsste ich von da ich muss mir Ebenholz holen und dann komme ich wieder runter wonach hier ist Wasser ne was muss ich stoppen kämpft dagegen an ä ich hab diesen gestoppt Wo bin ich? Ah, ich weiß nicht. So. Und hier wächst und gedeiht alles schon. Alle Bäume. Alles einfach. Einfach alles. Hm, das. Ah. So. Brauche ich noch mehr? Ja, ne? Ja. Ich brauche noch mehr. Ja, so ist gut. Ja, so ist okay. Gehe ich jetzt hier runter. Ich hoffe, ich laufe gerade in die rechte Richtung. Joa, ich glaube schon. Von hier kam ich irgendwo. Die Enderman sehen jetzt voll gruselig aus, halt gesagt. Machen wir schon ein bisschen Angst. Ich kann, glaube ich, heute Nacht noch schlafen. Dann gehen wir einfach durch. Okay. Und, oder, oder du blinzelst einfach niemals wieder. Dann kannst du auch nicht einschlafen. Weil, naja. Wenn ich gesagt hätte, du schließt einfach nie wieder die Augen. Dann würdest du auch nie wieder blinzeln. Das stimmt. Und, und jeder weiß, dass ein Mensch blinzeln zum Überleben braucht. Das stimmt. Ich höre mich vielleicht voll monoton an, aber das würde ich gar nicht. Du bist halt gerade hochkonzentriert bei deinem Block abbauen oder Block bauen. Ja, ich renne gerade die ganze Zeit seit 5 Minuten in meinem Haus rum. Weil ich versuche die Nacht irgendwie so rumzubringen. Weil ich muss Holz fahren. Und das mache ich nicht. Oh, ich habe gerade eine weiterer geblendet. Ist das gelandet? Na gut, ich schlafe schon mal. Ich gehe mal nach rechts dann. Ja, es geht weiter runter. Und weiter hoch. Das ist unglaublich, Alter. Und ich muss das Wasser abstellen. Wie geht's da? Vielen Dank.